Den werden wir wohl heute bekommen. Wenn wir das nur wüssten. Es ist wieder eine Frau. Mit einem Bobschnitt. Die hatten wir doch schon. Ist das Frau Cox? Ist das nicht Föber? Nee, ist das Frau Cox? Nicole Fischer. Chefassistentin. Assistent? Was verbirgt sie unter dem Rock? Da-da-da-da! Warum sind die Türen da rot? Vielleicht ist das jetzt Unisex. Ich muss euch auf jeden Fall an meine ganzen Sachen kommen, von gerade eben. Weil daran ich gerade scheiße sei. Gibt es im Englischen überhaupt Männlein und Weiblein als Berufsbezeichnung? Ich glaube nicht, oder? Als Berufsbezeichnung? Männlein und Weiblein unterschiedlich? Wenn du zum Beispiel bist Kassierer und Kassiererin. Ja, nee. Oder Cashier. Du bist der Cashier halt. Deswegen ist das wahrscheinlich falsch übersetzt worden. Ah, das wird sogar Sinn. Wir lernen heute wieder Lehrstunde mit Fox. Da-da-da! So, wir suchen jetzt die Leiche meines Kumpels. Der Elektro-Installateur war. So, Pemper. Ich werde noch einen Drink für den lieben Blacks. Eine Karte. Da ist er schon munter bleibt. Wir sind hier auf der Brick Lane, Black Keks Lane, Payne, Main. Spring, Grain. Da ist er gestorben. Ich bin ganz falsch gelaufen. Falscher Gully, verdammt! Was tust du denn da? Mensch. Du sollst dich doch konzentrieren, wenn du... Wie hieß die, Alter? Fischer. Nicole Fischer. Nicole Fischer. Sam Fischer. Kein Nicole Fischer. Sam Fischer wäre eine Enterbung der Berufsbezeichnung. Vielleicht ist Sam Fischer ein Geheimoutfit. Ich würde mir mal wünschen, dass es da mal wieder ein neues Spiel geben würde. Stimmt. Da ist es auch ziemlich ruhig drum geworden, wenn ich mich mal so zurückerinnere. Aber das letzte Splinter Cell gespielt, der war für 3DS damals. Gab es gratis mit dazu? Na, danach kam, glaube ich, noch eins raus war für X-One. Die 360 kam das letzte raus, dann hat er sich, glaube ich, Black... Blacklist? Blacklist? Nee, Blacklist? Blacklist, ja, genau. Mit der Figur, ne? Die man... Genau. Nee, den habe ich nicht gespielt, leider. Ich fand ich damals alle cool, also ich fand auch Conviction schon ziemlich geil. 1, 2 und 3 waren cool. Soll ich die ersten Zollwister loswerden? Warte mal, da kam mir gerade eine super Idee. Meine Damen und Herren, wie wir wissen, mögen Zornbis Licht. Wir gehen uns jetzt diese Leuchttrakete holen. Wir haben die da hin. Ja, die Leuchttrakete, die habe ich extra zurückgelassen. Und auf der Mittellinsel liegt auch noch eine Leuchttrakete. Ja, nicht mehr. Die Min ist auch weg. Nee, nee, wenn du jetzt hier rausgehst... Ja, nee, nee, die habe ich davon hingelegt, weil ich Platz brauchte für Munition. Ja, aber auf der Mittellinsel liegt trotzdem noch eine. Immer noch? Immer noch. Ah, die habe ich schon dahin gelegt gehabt. Meinst du? Ja. Können wir ja mal gucken. Ja, hier. Was macht sie denn da? Sie ist Nicole Fischer, lass sie. Sie weiß, wie das geht. Sie ist schluss, aber... Ich habe jedenfalls denselben Rucksack wie mein anderer Kumpel. Ich bin jetzt weg. Schade, das hätte ich gesagt. Oh, die mit den Propan-Gast-Tanks nicht hauen, nicht hauen. Gar keine gute Idee, sich mit den Anzugscheißen zu machen. Scheiße, jetzt kommt doch erstmal gleich der Ingenieur, äh, Installateur. Ja, lass ich einfach da reinklettern, wenn der rauskommt. Oh, der bleibt tot. Hätte nicht. Oh nein, Nicole! Scheiße, wird die ganzen Sachen haben, aber nein. Wie ist das hier in den Sachen nicht gekriegt? Da sind die jetzt noch aufwertungen drin. Das hat... Was macht er denn da? Das hätte ich nicht machen sollen. Ich weiß, dass das jetzt einfach alle nacheinander wieder rauskommen. Aber die gehen in die Luft. Meinst du? Kriegt ihr euch an, die jetzt aus? Ich werde die Typen da haben. Dann lass sie doch hier rauskommen und dann rennen wir rein. Wie lange die brauchen, wenn sie da durchgekrabbelt sind? Die mit dem Propangas-Tank ja nicht. Klatsch. Hast du was beigehabt, Süßer? Der hat Schuhe, bestimmt. Was war der? Der hat bestimmt Schuhe. Ding mit dem T-Shirt meinst du? Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Vielleicht war er einfach nur hip und in. Ach, meiner, den darf ich nicht schlagen. Iiiiih, git. Du bist... Tu es. Das ist ein Scheiß-Tank da erwischen. Sehr schön. Ah, super. Horror. So, was kann ich ja Nächster. Nee, ist noch im Ausgang, glaube ich. Oh, schutz. Du kannst das. Ich weiß das. Wo ist er hin? Deine Figur ist weg. Was? Deine Figur liegt nicht mehr da. So ein Scheiß. Das ist nicht gut. Doch, da hast du in die Flogen. Die haben ihn umgedreht. So, passt doch alles rein. Denk mal ausluten. Loot, 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 loot. Doppelläufige Schuhe, wir haben halt zwei. Da, da, da. So, da habe ich jetzt in den Moment der Ruhe. Kann ich meine Sachen umpacken? Nee, natürlich nicht. Wo ist überhaupt die Frau, in dem ich eigentlich beschützen wollte? Man weiß es nicht. Die steht irgendwo. Seit Tagen steht die da schon. Weil es ist ja bis jetzt ein anderer. Ja, stimmt. Ich muss das Spiel machen, fertig. Ich stehe die ganze Zeit da oben und denke sich, wann kann ich mal was abschießen? Weil sie es auch so gut macht, wie wir gesehen haben. Der gute Elektro-Ingenieur. Nee, Ingenieur war das nur. Nee, was war der? Installateur. 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 Du bist ja schon wieder hier. Hier waren wir doch gerade eben schon. Nee, das ist die andere Seite. Die sieht nur genauso aus. Nee, das ist gar nicht wahr. Das ist wirklich gar nicht wahr. Machst du woanders lang? Bist du gerade im Kreis gelaufen? Tatsache, bin ich wirklich. Äh, willst du vielleicht in dem Tunnel in die andere Richtung glatschen müssen? Ging in das überhaupt? Welche andere Richtung? Hier? Na, ging es nicht auch noch gerade aus? Oder geht es hier nur um die Ecke? Ja, es geht ja nur um die Ecke. So. Scheiße. Äh, äh. Das ist ja blöd, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wo es am Wasser liegt. Da, C4. Freispringen. Ah. Oh, schnell weg. Holy moly macaroni. War gar nicht laut. Da hätte ich ja auch die ganzen Zombies mit in die Luft jagen können. Super. Da, ich sehe so mehr als mit Lampe. Geil. So funktionieren Spiele. Vielen Dank dafür. So, ich bin fast draußen. Warum kommuniziert sie jetzt einmal mit mir? Alle wollen mit dir kommunizieren. Die haben alle irgendwie kein eigenes Leben. Vor allem, alle denken mal so, ich bin derselbe. Ich bin doch das aber Nicole. Toll. Hallo. Ich weiß doch von nichts. Ich weiß, wie man druckt und kopiert, aber... Boah, es ist dunkel. Aber schön assistenten ist, glaube ich, was anderes, oder? Ja, Geschäftsaussender ist nur die Tippsen. Die machen Termine, planen die uns weiter nicht sofort. Aber sind die Sekretäre? Naja, vielleicht ist das ja gleicher. Wo liegt denn jetzt hin? Nach Pimlico. Mh, Pimlico. Deswegen auch die Bullzuchtorgane anfinden. Ja. Ja, die sind nämlich alle von dem Künstler Pimlico SR. Aus Pimlico. Dann erzähl ich dir mal was über die Raben von Dien. Dann erzähl ich mir mal was. Aber dieser Pimlico, der ficken sich nur die Rosinen raus. Aha, aha. Und weiter? Und zu, dass Dien mit der solche Recht hatte, aber glauben, dass er sich bei den Überlebenden ist. Okay, jetzt bisschen weiter. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, weil ich nicht zuhöre, Herbert. Du heißt ja auch nicht mal Herbert. Aber was ist denn dann die Aufgabe, wenn es hier keine Rettung gibt? Rauskommt. Nach Deutschland, geh da nach Rettung suchen. Aber geht da nicht dieselbe Schieter auf? Nach der Amerika? Indien! Die Queen ist auch in Indien. Stimmt. Vielleicht ist das da zu heiß für Zombies. Wahrscheinlich, oder ein Aptis. Das ist auf jeden Fall zu kalt. Obwohl, wir sind E-Planes auch das Gegenteil gewehrt. Wie wir sehen, sieht man wieder gar nichts. Sag mal den Licht an. Mensch ey. Und jetzt spiel mir eine Wasserleiche. Voll sexy aus. Ja, okay. Okay. Aber ich denke eigentlich, eine Katisation laufen keine zum Mitromus. Das ging, können wir auch da so getrost umfahren. Die laufen ja auch nicht. Die Floaten. Die Floaten, stimmt. Okay. Tower of London. Tower of Pierre. Tower of Pierre, Tower of Pierre. Jetzt geht's richtig. Und ab hier. Uh, uh, uh. Da sind... Scannbares Objekts abgeschlossen. Etwas schwer mal gefunden. Hör, Raben vom Dienst. Du scheiß Raben, Mutter. Was für ein Name, oder? Was heißt das im Englischen? Ravens Order? Ravens from the Order, oder so müsste es sein, was? Ja. Aber... Manche Sachen klingen auf Deutsch einfach kacke. Die sollte man einfach so lassen, wie sie sind. Ah, wirklich. Ja gut, aber es ist vielleicht auch komisch, wenn der... Ey, sie konnte sich aussprechen. Oh, da liegt jemand. Den Schönen erst mal. Inventar... Ach, Mensch. Ey, hast du nicht viel wahr. Kannst du auch mal was benutzen, was in deinem Inventar ist, oder bist du einfach nur... Geh mal weg. Bade kurz. Bist leer. Na, ne, warte mal, noch mal kurz. Danke. Das fand sie jetzt aber sicherlich nicht sehr lustig. Sie war die erste, die mal gut angezogen war. Scheiße, Mann. Schönes Oberteil, nette Jeans. Eine Frau zum Kennenlernen. Ich hätte sie bestimmt gerne mal auf den Kaffee eingeladen. Na ja, ich will nicht. Du schießt hier wieder alles ab bei uns. Unmöglich. So lerne ich doch nie jemanden. Ich halte mir ein Medi-Kit ein. Oh, super. Freut mich ja für dich. Haben wir überhaupt einen Arsch? Nein, haben sie nicht. Gucken, was jetzt passiert. Es brennt. Es knallt. Es brennt weiter. Öl auf Wasser ist ja logisch. Das brennt, aber na ja. Jo, durchgewecher. Was ist mit dir, Willi? Ich weiß, dass du liebst, mein Freund. Was hat er denn da um? Das ist ein Bauch. Das ist ein Bauch? Nee, der doppelt um, oder? Soll ich sein Bauch? Welche, was soll das sein? Vielleicht ein Verband? Egal, der Kopf ist ab. Na ja. Ich wollte ihn zwar nicht aus dem Bauch schlagen, aber... Ja, du kannst auch gleich mal sterben. Ist auch schick angezogen. Hat aber auch vier vier verschiedene Schuhe an. Aber, warte mal, schieb mir so ans Licht. Siehst du, Entschuldigung, warte mal. Hochschuldigung. Ach, verzeihen Sie doch bitte mal. Oder aber, Entschuldigung. Wenn Sie mal bitte, ja. Oh, guck mal, das ist auch eine schöne Kombi. Geht sogar wirklich, ne? Die neue H&M Sommermodel. Heute mit Makes & Fox. Das ist gerade in England der neueste Schrei. Bauch binden und kaputte Jeans. Kaufen Sie die jetzt, damit Sie im Trend sind. Ich habe noch nie nach dem Trend gekurvt. Ich gucke mal, was mir hier fällt. Ich kurve immer nach dem Nörd. Ach, Mensch. So ein Scheiß. Ist der Rucksack nass geworden. Und mein Schlüppi. Oh, da drüben ist die krasse Gang. Oha. Da erinnert eine Pistole bei. Guck mal. Pistole Munition. Aha, da drüben ist die London Bridge. Average. London Bridge is calling. Warte mal. Ich habe doch jetzt ein Schnipper. Ein Schlüpper? Ja, die Schlüpper. Äh, die Schlüpper. So. Wie viel Schuss hast du dafür? Ganze vier. Kann man zoomen? Das ist ein Scharfschutz, wie wir hier. Kann man nicht mit zoomen. Really? Okay. Das war ein Volltreffer. Super effektiv, würde ich sagen. Direkt den Propanengastank getroffen. Ja, man muss natürlich nicht... Was ist er denn hier? Ich habe überlebt. Er ist eh, Mann. Aua, das will man in Ruhe. Kann nicht schlafen, wenn ich im Wasser bin. Also, liebe CD-Spieler, falls ihr gerade zuguckt, no scope, motherfucker. Oh, der ist leer. Supi. Was haben wir denn hier noch so schönes Müll? Wie sieht er denn aus? Er muss kacken. Sieht man ja wohl. Aber eindeutig. Ich habe ja einen schönen Mann, den ich essen. Oh. Dann kommt mal ab hier. Kann ich sein. So was. Wer wird denn da gleich den Kopf verlieren? Aufruf zur Flucht. Bricht das Traitor's Gate auf. Auf Verrätertour. Das Traitor's Gate. Dann verpiss dich. Boah, ist ja hässlich, ey. Schon wieder so ein Fettsack. Läuft mir aber alle rum. Das ist wirklich hier im Bauch. Ja, da ist so richtig schöne Falte da unten drin. Das ist ja geil, Alter. Geht mir richtig einer ab schon wieder. Stehe auch so richtig murlige Kerle. Das kam nicht komisch. Leute, falls ihr mollige Kerle seid da draußen, meldet euch bei Blacks. Könnt ihr bestimmt den ehemaligen Kaffee abstrauben. Ja, ja. So, da haben wir nischt. Aufruf zur Flucht. Dann gehen wir da mal hin. Dann kommt man lieber meine Waffe direkt aus. Meine Sniper, wie wir sehen. No Scope ist ja bei der perfekt. Karabiner, mal nachfahren hier. Klipp, klapp. Klub, schwupp, klub, 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 klub. So lädt man nach. Ach, das ist eine Kirche war. Eine Kirche? Sieht dann so aus. Ist das eine Kirche? Sieht ganz da aus, ja. Vater Ilic, sind Sie da? Ich würde die an Bad Beichten. Ich war gestern kacken und habe mir nicht den Popo abgewischt. Und außerdem habe ich meiner Nachbarin in den Blumenkasten gepieselt. Uuuuuh. Oh. Gar nicht gut. Lass. Hahaha. Klingelstreich. Iiii. Keiner da. Die Tür auch nicht mehr. Iiii. Halt mal. Wenn du mich anspruchst, dann drohe ich dir. Ja, schieße ich dich. Hat der ne, ne, ne Zwangsjahrerin? Der hat was dann aus, wahr? Aber scheinbar auch der neueste Trend. Der hat ne Zwangsjahrerin. Oder die Lederriemen, oder? Ja, irgendwie. Können wir ja mal umdrehen, aber die schlechte Lieber zwischen ihrem Wissen schrumpen. Weil sie ja gerade total die Spielerin schon wieder... Safe aus. Stimmt. Good morning. Hello. Hello. Ah, hier ist der Kuli. Liebe Ubisoft-Team, solltet ihr noch mal ein Zombiespiel machen? Ruhig noch dunkler. Damit wir ja nicht mehr sehen wollen müssen. Auf jeden Fall Ratsamen. Und mehr Zombies. Und mehr sinnlose Gespräche. Ja. Und mehr Verschwörungstheorien. Und weniger Story, weil das ist mir zu anspruchsvoll. Ja. Wirklich. Also, das verweist das einfacher von der Story. Leiter benutze. Ich will doch auch mal diese Damenbinden daneben. Ach, die ist das Softice, oder? Entweder Ditte oder Krebs. Oder wirklich Damenbinden. Nur halt in hübscher Verpackung. Jetzt mit Vanillehischmack, oder was? Wäre das nicht was Schönes? Das wäre herausragend. Na toll, verstoß den Tür, muss ich wirklich die Leiter nehmen. Oh Gott. Soll ich mal zurückgehen und schlafen mit der Alten, oder? Das ist nicht meine Energiegeheim. Du mit dir? Na, ha, ha. Wenn der sich halt mit ihr nennen. Nicht meine Situation. Ich glaube, ich würde sie umbringen, um meine eigenen Überlebenschancen besser zu gewähren. Was halte ich denn daran ab, dass sie lebt? Na ja. Man muss die Wachen teilen. Und ich meine, so kann ich sie dann zwar nicht zum Fraß vorwerfen. Ja, Vorteile habe ich auch nicht, wenn sie lebt. Ich muss Essen und Verbandskästen teilen. Und ich bin mal vorhin... Das ist ein Argument. Wir haben so wenig Kuchen gefunden, ja. Und so wenig hängende Zombies, die uns irgendwelche Süßigkeiten geben können. Ja, ich meine, der Süßigkeitenverschwörungstheorie sind wir jetzt nicht weiter mehr auf die Fläche gekommen. Ne, wir waren zu nahe dran. Ja, das war die ersten beiden und dann... Eben. Leider. Selbst Einmann Abdallah wäre jetzt an seine Grenzen nicht stoßen. Aber das ist wirklich komisch. Am Anfang des Spiels trifft man zwei, drei Zombies, die hängen. Und im Laufe des Spiels findet man gar keinen mehr. Aber dafür kommt irgendwann einer an einem Pier und hat einen Saft dabei. Okay. Stimmt. Wie, das lassen sich das jetzt alles miteinander verbinden? Oh, die Bauheit mal auf, hier die Feuerkraft, Alter. 528. Schussfrequenz. Streuung. Ah, siehst du, Streuung hat zu verringern. Dann haben wir hier ein Modellkarabiner, noch irgendwas, der andere Karabiner. Hä, den Beug? Oh, die Armbrust. Streuung. Hm. Ne, ist so geil. Das ist alles doof, alle Cheater, alle Kacke. Dann machen wir das bei den Schröte, wir alle dran. Ach so, ist das alles schon verbessert. Oh, da geht auch irgendwann nicht mehr weiter? Ne, wenn es grün ist, geht es nicht mehr weiter. Ich bin schon fertig bei mir. Die Schröte wäre hoch. Dieht mal ja an. Interessant. Boah. Logik heute, ne? Wir kommen bei... Ja, voll mit krasse Waffensysteme. Vor allem, dass die Frauen das gewesen, ne? Wie war das? Ja, ich meine, ich könnte es jetzt auch nicht. Rassistischer. Außerung Nummer 346. Komplex. Es tut mir leid. Ich meine ja nur, ich könnte... Frauen, nicht können sie. Ich könnte... Wie soll ich jetzt eines zurück? Ich komme doch von da. Muss doch da unten hin. Oder? Ne, Buckingham. Rechts. Das ist der Zeiger. Da. Ach, da muss ich... Ich dachte doch nicht. Ja. Ne, ich meine nur, ich könnte es jetzt nicht einfach mich da hinsetzen und die Waffe verbessern. Ich würde mich einfach da in was rum baue. Und sie ist Chefs Ass. Okay, gut, wer weiß, was ihr Chef ist oder was er macht. Ich würde sowieso nicht, dass du einfach eine Waffe so umbauen kannst, dass sie mir Schaden macht. Weil Kugel kommt vorne raus und... Ja. Naja. Könntest du es ins Aufbohren und ein größtes Kaliber rin hauen, aber... Tja, das ist ich schon. Ich bin nur ein kleiner Let's Player hier auf YouTube. Ach, das ist wohl wahr. Und ich will es eigentlich genauso wenig, weil ich bin Student. Und Studenten wissen sowas nicht. Weil Studenten machen nur gute Sachen. Teilzeit übrigens wundert. Ich wundere mich auch gerade. Wir sitzen eben schön im Dustern. Aber das macht nichts. Das werden wir gleich noch klären. Wieso rede ich hier verstoßen? Auch ein Schlüssel. Auch eine Keycard. Schon wieder. Mensch, mein Leben ist so schwer als Frau. Mit die Knie schüpp ich mir auch die ganze Zeit hier an diesen Scheißleiter stellen auf. Könnt ihr mal? Ich mach mal nicht. An sich haben Frauen von den Vorteilen der Zombie-Apokalypse, wenn die einen Rock tragen. Hallo. Guten Abend. Ich mein, durch den Rock haben wir einfach viel mehr Bewegungsfreiheit. Gut, erstmal können wir eigentlich genauso gut einen Rock tragen. Oder einfach eine Jogginghose. Zum Jahr, wo konntest du denn eine Jogginghose? Egal. Ist ja egal, wie du da bist. Ja, bist du auf jeden Fall flott unterwegs mit der Jogginghose. Oder? Nur. Ist noch nicht sehr beißfest. Wenn ich mich jetzt gerade verarschen. Ich kann da nicht lang, weil die Tür da zu ist. Aber guck mal, der Punkt zeigt auch nach unten, nicht nach oben. Hm, ich will aber nicht nach unten. Aber vielleicht musst du nach unten. Nach unten sind immer so schlechte Sachen. Aber von hier bist du ja gekommen. Da kannst du ja nicht. Ja, ich kann doch hier weiter. Ach so. Warte, war das ein Boot. Aha. Pistolen Munition. Was muss passiert sein, damit man mit einem Boot derart irgendwann rauscht? Was passiert da? Was treibt ihr beiden da? Ich will die Kack. Pistolen Munition da drauf. Ist das in der Tafel echt voll? Nö. Doch, ist es. Ist doch noch was frei. Ne, das ist aber frei. Ach, fick dich doch ganz ehrlich ey. Es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Es soll einfach nicht sein, ne? Gott. Gott ey. Ja. Aber wahrscheinlich viel. Vor allem, was muss passiert sein, dass die Wand keinen Schaden hat. Und das Boot auch nicht. Aber wie muss man... Jetzt ist einfach nur angeschwemmt worden. Das kann natürlich auch sein. Ich würde gerade sagen, sonst musst du wirklich schon... Was muss passiert sein, damit das passiert ist? Was? Also wenn ich Blacksail würde ich sagen, war wohl ne Frau am Steuern. Hallo? Ja gut. Wollen wir mal Licht an? So kann ich da einfach draufklettern. Nein, auch nicht. Was ist denn so die Scheiße hier? Scheiße eben. Voll kacke. Aber mega kacke. Könnte ich mal fast die Wand anscheißen. So. Oh. Das ist super. Also guck mal hier. Kannst du drin klettern. Schön, dass ich das jetzt auch mal gefunden habe. Oh nein. Fick. Wo kommst du denn her? Verpiss dich. Ich kann Karate. Aus der Unterwelt. Oh. Sieht quasi aus wie Graf Dracula. Oh. Ist das ein Priester? Das wäre ja lustig. Er wird beleuchtet. Nee. Doch. Doch. Der ist aus der Kathedrale, oder? Egal, er ist schwul. Also er ist tot. Ja. Das war übrigens das letzte Mal, dass wir Blacks auf unserem Kanal gesehen haben. Hahaha. So. Was sind wir denn hier? Ist das eine Feuterbank? Ist das eine Feuterbank? Feuterbank. Sehr schön. Die eine ist der ein bisschen aus wie Vöbe, ne? Plumps. Vöbe. Vöbe. Vöbe die Gute. So. So. Hinaufklettern. Ist das eine Kirche und ein Feuterkeller? Du bleibst da mal. Ist ja eine Kathedrale. Ist ja keine Kirche. Stimmt. Kathedrale und eine Kirche sind damit verschieden. Was ist hier denn da? Was ist hier denn da? Was bleibt denn der da hinten? Was sieht noch aus? Wie sieht noch aus? Wie geht denn die an hier, der flotte Vater Ulbricht? Haben der Feuterkehlt voll viel aus. Schicker Bauch. Kann ja schon fast mithalten. Mann, die doch nicht durchschnittlich. Du siehst ja gruselig aus. Mit dem ich eine Missgeburt. Echt mal. Ich bin hier jetzt Chef. Oh, hat er mich viel abgezogen. Oh, die. Alter. Geschrien. Wer schreit denn sie oder eher? Ich glaube sie, oder? Halb liegen. Ne, sie schreit nicht. Okay, komm. Darauf erst mal in erster Hilfe steil. Oh ja. Geil. Erst mal einen Pfeifen, die Scheiße. Ich finde übrigens sind ganz wenig Frauen, in denen so eine Frisur steht. Naja, ist halt kompliziert manchmal. Oh, was? Karabiner-Munition, die nehmen wir gleich mal ab. Komm, naja. Sehr schön. Ja, ist leider wirklich. Aber Frauen, denen sie sich steht, ne? Ja, klar. Jeder hat halt so eine eigene, diese eigenen Geschmack. Das finde ich ganz wichtig. Aber ich kannte damals eine Ex-Freundin. Die hat richtig schön lange Haare gehabt und die hat sich schon die Haare abgemacht. Okay. Und die sah danach aus. Furchtbar. Naja, gut. Vielleicht wollte sie mal was austesten. Hätte ja auch sein können, dass es gut aussieht. Weil ich meine, die Frauen muss sich immer unbedingt lange Haare haben. Ich finde Frau mit Kurzhahn auch sehr schön. Ja, natürlich. Aber... Ja, eben gut, dass sie sich mit langen Haaren weitaus besser aussieht. Ist immer schwer so was zu sagen vorher nachher. Also ich sehe wahrscheinlich mit Haaren dämlicher aus als ohne. Ja, ich finde deine... Keine Haare auch schön, ne? Ja, der was hier abgeht, wenn hier die Kamera so aus dem Da ist. Das wollt ihr gar nicht wissen. Das wollt ihr gar nicht wissen. So, eine Leuchttrakete wollte ich nicht. Eigentlich meinte das nicht. So. Das klären wir später. So. Und packen wir mal die Pistole raus. Die ist schon wieder leer. Die ist schon wieder leer. Packen wir eben die Armbrüste raus. Die ist auch schon wieder fast leer. Die hat ja nur einen Schuss. Und hier los. Okay. Ein Pentagramm. Sieh nur. Machen wir das mal zu? Wir haben so viel Wissen verloren, als dies Bibliothek in Mordläng gebrandschafts wurde. Wir haben alles gesammelt. Mach mal deinen Knips moment an. Die hat so einen UV-Pit gehabt. Guck mal. Mach mal auch an deins. What the fuck? No entry. Ich dachte, ich war ein Geheimgang. Warum steht denn da bitte? Kein Eingang. Da ist das Geheimnis dahinter. Hier gibt es für Sie nichts zu sehen. So ungefähr. Gehen Sie bitte weiter. Da ist ja da nichts drin. Man, Heelkate oder sowas. Aber jetzt nochmal, um das zu verstehen. Also da ist jetzt quasi ein Geheimgang gewesen. Der mit UV-Licht bemalt wurde. Mit den Elementen Luft, Wasser, Erde, Magie und Scheidenpilz. Scheidenpilz war ganz wichtig. Der öffnete sich jetzt, weil wir mit unserem Scan-Gerät drauf geguckt haben. Habt ihr das jetzt richtig verstanden? Leider ja. I call bullshit on that one. Was für ein... Wie wir sehen, sehen wir auch hier ganz viel Elektronik und Mechanik hinter. Warum mal die Tür jetzt ist. Was für ein Quark, ey. Das ist... Ist die Tür jetzt hier langgefallen oder ist die da zerfallen oder... Jetzt musst du in diesen Karton steigen und rudern. Was ist die Tür hin? Nein, nach oben. Gehs nach oben hier fahren. Achso. Ja, gut. Okay. Halte dich nicht mit der Karte aus. Der Ort existiert auf die Skelgang. Nutze das Schwarzlicht, um dich zurechtzufinden. Aha. Ist natürlich sehr praktisch, dass da vorher einer drin war und hat mit Schwarzlicht an der Wand geschissen. Das ist natürlich cool. Ich hab da vielleicht auch richtig normale Farbe nimmt, die jeder am Ende sehen kann. Nein. Für Zombie-Typ. Ernsthaft, da wär ich denn nie drauf gekommen. Käpt'n Orbeer ist in Hamburg. Bei mir hat genug Zeit, drei Pfeile heranzusetzen. So. Was glauben sie, was sonst passiert? Dass die Zombies den Pfeilen hinterherlaufen oder was? Ich hab keine Ahnung, was die sonst denken. Obwohl, die Zombies konnten noch feiern. Also... Ja gut, aber Zombies hören ja auch. Also die Zombies hören ja auch. Die tun scheinbar auch was. Oh Gott. Warum bist du Zombies? Ich bin mal heizt. Ich mein, der leuchtet da so ein bisschen grün. Was ist hier los? Ach, weil du wahrscheinlich Wovizids sammeln kannst dann ihm. Vovizid ist aber voll. Und was kannst du mit der machen? Ich hab keine Ahnung, ich hab die Professor immer gegeben. Oh, hier vorne. Kannst die vielleicht sogar selber nehmen? Das ist aber kacke. Dann probieren wir vielleicht wie ein Minikit. Naja, ich kann die ja auch nicht im Inventar, der kann ich sie auch nicht verwenden. Ach so. Du hast das nicht im Inventar? Leider nein. Interessant. Gucken wir gleich wieder an. Hey Johnny. Don't be afraid. Oh ja. Ah, Monotau. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Also wenn das so weitergeht, bin ich am Ende allein übrig. Ach Mensch. War tatsächlich grad die schlauste Aktion. Brunhilder. Er ist tot. Ach. Wieder passend zum Ende unserer Folge. Es ist ja nicht wahr. Es ist unglaublich. Super. Das ist immer, denn am Ende der Folge muss einer sterben. Das stimmt. Aber wir gucken trotzdem jetzt noch, wer jetzt mit uns hier am Start ist. Es ist aufregend am ganzen Spiel. Aber wirklich. Und gestorben ist, den kriegt man als nächstes. Sebastian. Sebastian. Bitte. Oh. Gott, wer ist er denn? Ist das ein Triebtäter? Theo. Der Ehwanns Chefsekretär. Theo ist da. Mensch. Davor hatten wir die Chefsassistentin. Ja. Bodai. Denem Dank. Ich sag dir manchmal auf den abrir bei der국entenza. Hab S Serg. Ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017